Okay, Leute, eine kurze Anmerkung. Im letzten Part sollte man eigentlich den Bohrer hören, den habe ich rausgeschnitten, also dieses komische Geräusch, als von oben kam, wo ich diese Reaktion gemacht habe, wo... Warte, mich jetzt gerade verarschen mit dem Bohrer. Und, ja... Ähm... Zweiten Untergeschoss. Ganz ehrlich, jetzt auch schon mal fangen die an zu bohren. Ähm, zum ersten Untergeschoss. Und zum Eingang. So schnell kann man Himmelsfische klau... äh... fangen. Geht klar. Ich hoffe, dass der Bohrer jetzt nicht mal auftaucht. Dün, 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 dün. Okay, mal sehen, was jetzt kommt. Hm, du bist besser, als ich dachte. Yay! Damit ist die Sache entschieden. Ich mach dich zu meinem Lehrling. Super Idee, du wirst es lieben. Äh, Moment mal. Keine Sorge, in dir steckt ein großes Potenzial. Und ich bin dazu da, dieses Potenzial in die richtige Form zu bringen. Ich befürchte, ich werde ihm das nicht ausreden können. Na gut, aber dann habe ich als Lehrling eine Bitte. Sagen Sie mir, wo sich die Insel befindet. Sie wissen schon. Die mit der Wirbelzone. Einem Lehrling kann ich keine Bitte abschlagen. Ich bring dich persönlich hin. Mach dich bereit. Okay, jetzt geht's los. Hm, ja. Ihr wollt doch zur Insel, oder? Äh, ja. Sagt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Dann bringe ich euch hin. Kann losgehen. Wir sind bereit. Es kann losgehen. Dann folgt mir. Der nächste Kampf beginnt. Hier soll die Wirbelzone sein? Ist sie irgendwo auf dieser Inselkette? Genau, weiter kann ich euch nicht bringen. Die Insel, die ihr sucht, ist südwestlich von ihr. Ihr müsst sie selbst finden. Auf der Insel ist ein riesiges Stück Korall, also haltet euch danach. Wie auf den Darwin-Insel ist es hier zu riskant, mit der Osmodeus zu fliegen. Du solltest lieber in die Flugform gehen, Red. Alles klar, bis bald. Ein Stück Korall, ist es das? Okay, ganz zufällig habe ich jetzt Peel-Kristalle gefunden. Okay. Das ist nicht die Insel, oder? Kamera. Kamera. Gibt es hier irgendwas? Vielleicht irgendwas, was leuchtet? Vielleicht irgendwas, was leuchtet? Ich bin nicht die Insel, oder? Ähm... Schiff? Was für ein... Wo bin ich denn gelandet? Alter, sie ist festlich gesatt. Ist nicht das da? Oder bin ich ganz woanders? Ich glaube, ich bin ganz woanders. Nein, ihr dreckigen. Ich habe hier was glänzen sehen. Ich wusste es doch. Nein! Schnell schnappen. Was? Nein! Nein! Ich wollte mich verarschen. Das wollte ich haben. Ich wollte mich verarschen. Ich wollte mich verarschen. Nein, ich wollte mich verarschen. Ich wollte mich den compraren. Zwei-man Way anomalie. Ich wollte mich auf Wo soll dieser verfickte Ort sein? Ich glaube, ich fahre irgendwo gerade ins Nirgendswo, oder? Und die starben. Okay. 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 Schaffe ich noch zu der Insel? Ey, so knapp. Okay, wo muss ich hin? Südwestlich. Ja, das soll ein Riesenkomet sein, aber wo zum Geier ist dieser Riesenkomet? Das ist kein Komet davon, oder? Südwestlich. Ich muss mich gleich mal ein bisschen informieren. Ist das der Ort? Ich bin so dämlich. Naja, ich habe wenigstens ein P-Kristall gefunden. Guck mal, das da vorne sieht wie eine Wirbelzone aus. Stimmt, das ist sie. Anscheinend habt ihr sie gefunden. Red, ich komme zu euch. Alles klar, wir gehen schon mal vor. Gut so. Und es kommt Cutscene. Cutscene. Ich bin gleich da. Was ist passiert, Red? Äh, was ist mit Red? Warum kann ich keinen Kontakt mit ihm herstellen? Er muss schon in der Wirbelzone eingetreten sein. Warum fragst du? Ich habe sie auf meinem Radar. Sie sind auf dem Weg zu euch. Beruhige dich. Wer? Das ist... Oh nein. Wächteralter, Ziel haben. Wir sind in der Wirbelzone. Ich kann die anderen Inseln nicht mehr sehen. Wir sind irgendwo hin teleportiert worden. Ihr seid also endlich gekommen. Was bist du denn? Echse? Aha, ich nehme an, du bist der letzte Wächter. Der, der auf der Suche nach dem Heiligen Flirt ist. Möge folgende Frage beantworten. Ich nehme schon schnell Abschied, aber später komme ich wieder. Und trotzdem bin ich bei dir. Im... Im Herzen. Was bin ich? Geld? Nein. Weiß ich doch nicht. Weiß ich doch nicht. Aber die Lösung zu deinen Rätseln liegt direkt in meiner Faust. Warte, dieses Rätsel können wir lösen. Denk mal an die anderen beiden. Okay, wir hatten die Vergangenheit und die Zukunft. Dann ist das, was bei uns ist, die Gegenwart. Warte, mach dir jeden... Mach dir jeden einzelnen Moment, den du lebst, bewusst. Der die Vergangenheit, die Gegenwart und Zukunft kennt, ist der Flöte würdig. Und ich muss nicht gegen die Echse kämpfen. Super. Wir haben alle Teile der Heiligen Flöte. Gute Arbeit. Hm? Jetzt höre ich schon Stimmen. Okay. Okay. Lebe wohl, Meister der Flöte. Wir sind hier fertig. Lass uns zurückgehen. Gute Idee. Et? Schokolade? Ich kann dich kaum verstehen. Der Empfang ist zu schlecht. Wir befinden uns ja in einer anderen Dimension. Irgendwie fange ich an, mir Sorgen zu machen. Lass uns schnell zurück. Oh nein. Keine Schreie weiter, du dreckiger Misserfolg. Das passende Ende für diesen Part. Dafür, dass du so eine Missgeb... Ähm... Missgeburt, wollte ich sagen, Misserfolg bist. Legst du dich aber ganz schön ins Zeug? Blank! Was machst du hier? Ihr glaubt wohl, ihr hättet eure Fakka zur Erde gefunden, was? Freut euch bloß nicht zu früh. Was faselst du da? Ihr könnt... Ich könnte kürzen, dass Bayon uns befunden hat, die Finger von dir zu lassen. Im nächsten Part. Das Platform verschui presume. Da bin ich mir vor, was zum Beispiel mein MAT Jahre darauf neig々. Ich bevor...